60 Sekunden vor dem Ende, 62 beide, Girls Chance durch Harrison und jetzt Ballbesitz Alba. Die Chance eine nicht immer einfach verlaufende Saison zu krönen jetzt für Berlin. Der letzte Angriff gehört dem Titelverteidiger. Wenn Sie den machen, Sie spielen die Uhr runter, dann sind Sie zum sechsten Mal in Folge Deutscher Meister. Wer will hier der Held sein? Acht Sekunden noch. Wer nimmt den Wurf? Wer erzwingt die Meisterschaft für Alba? Phelps, nein, er schafft es nicht, unentschieden gibt es nicht den Basketball. Verlängerung im Energy-Dome. Jetzt ist wieder Schlusswarte. Berlin führt mit einem, 69, 68. 12 Sekunden noch und Derrick Phelps dribbelt ins Aus, dribbelt ins Aus. Die große Chance für Rhein-Energy-Cologne. 12 Sekunden noch, ein Treffer, Kurzverschluss und die erreichen Spiel Nummer 4. Was für eine Dramatik. Wer nimmt den Wurf? Was machen die? C.C. Harrison, Strauchel, passt raus. Bessert, geblockt von Pizic, Alba ist Meister. Was für eine Dramatik im Energy-Dome. Ein irres, ein verrücktes, ein hochdramatisches Spiel mit glücklichem Ende für den Titelverteidiger. Der Alba zum sechsten Mal in Folge gegen sich tapfer wehrende Kölner in Jubellaune. Deutscher Meister Alba Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Deutscher Meister 2001-2002 Alba Berlin. Glückwunsch. którym. Vielen Dank.